Zwei Käste pro Netz, und dann schlagen wir die Behalte über. Auf geht's. So, jetzt denken wir nochmal dran. Folkiger Fehler war eben noch, folkiger Fehler war eben, dass wir links, und dann die beiden beiden gleichzeitigen Beine kommen. Ja, der Bremsstoß ist die günstiger, wenn wir nacheinander aufsetzen. Also, hopp, hopp, hopp. Das ist ein Rückfuß. Hopp, hopp, hopp. Okay? Und dabei geht der Tiefprodukt, wenn wir uns da so. Auf geht's. Auf geht's.